ja ja und schicken sie können ja auch gerne mal wenn ihr Lust haben ist natürlich nicht mehr bauen oder keine Ahnung müsse ich natürlich alles nicht machen und mein Gott da war leider unten keine Leiter ist scheiße so lange geht es immer höher guter Händen sind das Ziel quasi um das ist auch gar nicht so schwer eigentlich oh mein Gott und jetzt hier dran und nach oben oh mein Gott ich hab den Ton und es geht weiter und okay alles klar es kommt Sand runter das ist ja sehr interessant mag solche Sachen mit Sand kann ich hier schön nach unten laufen yay mehr Leitern yay das macht natürlich Spaß und ich hab den Ton wow wie viel kommen denn noch hier vorn immer mehr das ist wieder einfach kann ich das von hier oben machen ja noch eins ich hoffe das ist jetzt das letzte oder vorletzte weil es wird langsam immer mehr obwohl er ja nicht immer mehr aber es zieht sich langsam hier danach kommt glaube ich noch eins und da kommt der Boss Boss Battle interessant ach Mist was ist das denn hier das sind eigentlich nicht so schwere Schuppen aber immer derselbe und ich hab den Ton oh ich mag das wenn das so runterfällt okay oh nein Pistons okay ich guck mir das erstmal an oh mein Gott oh mein Gott ja okay mhm okay schneller okay nein wieso bin ich nicht abgesprungen ich war schon bei der Hälfte ungefähr mhm 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 kein Problem oh wieso pff wieso hab ich da gewartet ich hab da einfach so gewartet läuft bei mir mhm mhm da war ich jetzt zu schnell okay da hatte ich kein Speed alles klar ich bin zu schnell okay alles klar mhm da hatten die Blocke keinen Bock auf mich so da war keine Ahnung was los war mhm mhm das ist blöd sowas das war auch scheiße okay 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 das war sehr komisch und ja ich sag dazu jetzt mal nichts ich hab's irgendwie geschafft ich hab irgendwie voll oft abgekürzt keine Ahnung wie ich das gemacht hab das ich weiß gar nicht was ich überhaupt gemacht hab aber ich hab irgendwas gemacht und es hat anscheinend geklappt gut hätten wir das geklärt okay was ist das denn hier okay das ist schwierig nur dieser eine Sprung und überhaupt hinzukommen okay mhm und ich bekomme den Block noch mehr hier einfach nur hier hochgehen ernsthaft okay okay was cool wäre wenn das alles zugewachsen wird so ganz schnell wie möglich nach unten gehen muss bevor das aber nö dann eben nicht okay ja ja okay ja okay das hab ich zwar nicht verstanden aber wir sind beim neunten yo ähm was ist hier hier sind überall Knöpfe okay das ist gold was ist das denn hier alles nur drücken drücke alle Knöpfe und was passiert dass was aufkommt okay gut kann man auch mal machen jo kann man natürlich machen okay ich achte jetzt nur auf Knöpfe überall okay oben gibt es überall noch solche Wege alles klar und wie gesagt Wasser nicht berühren weil Wasser setzt einen wieder weg äh setzt einen wieder zum Spot ja gut okay keine Knöpfe mehr alles klar ah jetzt bin ich hier oben okay alles klar und hier ist überall Wasser Wasser ist nicht gut was haben wir hier jetzt ich glaube ich gehe mal auf diese Druckplatte oder heißt es ist eegg heißt es easter egg easter easter egg ja eegg easter egg alles klar ich habe ein easter egg gefunden das zweite schon ich habe ja schon eins gefunden ich hätte ja auch so gemein können gemein sein können mich wieder zu ziehen komplett wieder ins Hub zu bringen oder so aber diesmal zum Glück nicht oh diese Sprünge sind gemein diese Ecken Sprünge da hat nämlich immer irgendwas da so im Weg da kommt man nicht so gut dran vorbei aber gut ist das letzte Jump'n'Run ne irgendwie sowas hätte sowieso wäre sowieso dran gewesen so was schwierig ist hier und oh das geht auch noch so lang naja gut so lang auch nicht aber mann ich will einfach nur noch den Boss plätten und dann einfach weg hehehe ja wenn es so einfach wäre ne mhm es stört mich was nämlich diese blöden Balkenwahl so hier ja da hat mich wieder der Balken gestört danke Balken nett von dir da ist dieser Sprung da ist dieser Sprung da ist dieser erste Sprung nach oben der ist am schwierigsten ich weiß nicht warum ja und der kommt jetzt nochmal obwohl da geht ok nein ich habe jetzt eigentlich schon das wieder Lust zu schieten aber ne mache ich jetzt nicht Leute Leute was ist denn das hier weiß ich nicht das so der Balken wir wissen ist dieser Balken stört uns sehr diese Balken stört uns alle wenn diese wenn hier nichts drumherum wären diese Blöcke einfach nur so irgendwo in der Luft wären dann wäre das viel einfacher aber das ist ja eigentlich klar ok ok ja ja alles klar stoße halt immer in den Balken und sprinte dann nicht mehr finde ich cool glaub ich will diese Balken nicht mehr ähm mon ich will diese Balken nicht mehr oh mein Gott Warum? Wenn hier so ein Block wäre, dann wäre das ja alles einfacher. Oh, Mann. Das regt mir jetzt hier wirklich auf. Also wirklich. So. Einfach alles hier in Ruhe machen. Und dann wieder gegen die Balken kommen. Ich habe langsam Hass gegen diese Balken. Und dann wieder gegen die Balken. Dann ist doch alles einfacher. Ohne Balken ist das Leben echt einfacher, Leute. Boah, es ist beim letzten Sprung ganz ernsthaft. Ah, okay. Oh, ja, gut, okay. Kann ich ja alles nochmal machen. Ich habe gar kein Problem. Weil letzten Sprung... Okay, diesmal nicht beim letzten Sprung, aber trotzdem. Unnötig. Dumm, 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 dumm. So. Oh, das ist echt noch ziemlich hart hier. Das ist einfach das letzte Jumpman. Oh, mein Gott. Okay, was haben wir jetzt hier? Light. Yay, Light. Hallo, ich schon wieder. Wunderbar. Hm, okay, alles klar. Diese Leitern wollen mich nerven. Oh, mein Gott, diese Leitern. Oh, mein Gott, diese Leitern. Nerven mich total. Hm, jetzt bin ich einfach zu weit. Okay. Ja, gut, Leitern, dann... Ja, dann machen wir mal ein bisschen hier. War ich bei den Leitern eben langsam. So, langsam kommen die Leitern hier gut machen. Hier wieder schnell. Hier wieder langsam. Und hier wieder... Oh, oh. Oh, schnell, okay. Wieder bei der letzten Leitern, ne? Hängen geblieben. Super toll. Du denkst, du hast die Leitern schon geschafft, und dann nö, einfach nö. Man, diese Leitern. Aber sie sind nicht so schlimm wie die Balken. Also die Balken waren deutlich schlimmer als die Leitern, ja. Also die Balken, die waren das Schlimmste, glaube ich, bis jetzt. Und ich will nie wieder, dass diese Balken nochmal kommen, oder so. Nee. Hä, ich verstehe gar nicht, was da los ist bei dieser Leiter. Ich kann von dieser Leiter nicht abspringen. Ich bin auf der Leiter drauf und... Na, doch, jetzt geht's. Hä, aber... Wieso kann ich denn da nicht abspringen? So, wieder langsam hier hoch. So. So. Dankeschön. Checkpoint, Dankeschön. Oh, was ist das denn hier? Freestyle, okay. Mit Wasser berühren, okay, alles klar. Okay, das ist ein Vierer-Sprung, der ist eigentlich nicht so schwer, als dass man den nicht schaffen könnte. Aber anscheinend schaffe ich ihn trotzdem nicht. Ja, gut, okay. Okay.